Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MaxWeides.de. Heute mit dem Test der AVM Fritzbox 7510. Das Gerät kam Ende 2021, Anfang 2022 auf den Markt und es handelt sich um das günstigste Modell der AVM Fritzbox mit einem integrierten Modem, einem integrierten DSL-Modem, um genau zu sein. Und der UVP bzw. die Preisempfehlung liegt hier bei 129 Euro. Ja, es ist wie gesagt das Basismodell. Es gibt noch deutlich leistungsfähigere Geräte, wie zum Beispiel die 7520 oder die 7530. Von der 7530 gibt es auch eine AX-Version und dann gibt es natürlich noch das Topmodell, die Fritzbox 7590 bzw. die neueste Version, die 7590 AX mit schnellem Wi-Fi 6. Ja, laut Datenblatt, man sieht es direkt hier in gelb markiert, die Highlights dieser Fritzbox, ein schnelles DSL-Modem für bis zu 300 Mbit und das neue Wi-Fi 6 hat die Box auch schon, WLAN AX, also bis zu 600 Mbit. Ob das dann wirklich die Highlights der Box sind, das werden wir gleich in dem Test herausfinden. Ja, schauen wir uns zu Beginn direkt mal den Lieferumfang an. Ich habe die Box schon ausgepackt, wie ihr sehen könnt. Mit dabei ist natürlich erstmal hier die Fritzbox 7510. Die ist rein von der Größe her und auch von der Optik sehr nah an der Fritzbox 7530 bzw. 7520 natürlich auch dran. Da also kein Unterschied erstmal auf den ersten Blick. Außerdem mit dabei ein sehr langes, ich glaube 4,5 Meter langes DSL-Anschlusskabel. Also hier gibt es dann in die Telefondose rein, TAE-Anschluss und hier einen RJ45-Anschluss. Damit wird die Fritzbox dann mit dem DSL-Anschluss verbunden. Außerdem dabei ein etwa 1,5 Meter langes LAN-Kabel. Ja, ist nicht besonders lang, reicht aber um zum Beispiel einen Computer anzubinden, um die Fritzbox einzubinden, sofern man denn kein WLAN nutzen möchte. Außerdem natürlich mit dabei ein Netzteil mit angeschlossenem Kabel. Ja, 12 Watt, nichts Besonderes an sich. Das Kabel könnte aus meiner Sicht ein bisschen länger sein, ist aber durchaus Standard. Und ja, man sollte auf jeden Fall eine Steckdose in der Nähe von dem Standort der Fritzbox haben. Außerdem natürlich noch mit dabei diverse, ja, Papierkram. Zum Beispiel hier eine Kurzanleitung. Ist allerdings wirklich nur eine Kurzanleitung. Wer eine ausführliche Anleitung will, der bekommt die nicht in schriftlicher Form ausgedruckt dabei, sondern muss sich die auf der AVM-Homepage herunterladen. Ist allerdings auch kein großes Problem. Den Link haben wir hier direkt aufgedruckt. Außerdem, was ich sehr praktisch finde, hier direkt eine Karte mit den WLAN-Einstellungen. Das WLAN ist nämlich ab Werk verschlüsselt und die Fritzbox mit einem Kennwort versehen. Das braucht man also zur Einrichtung und sollte man dann idealerweise auch dann ändern. Muss man aber nicht, kann man natürlich auch so lassen. Und dann hat man hier direkt, ja, die Einstellungen drauf. Auf der Rückseite haben wir die Möglichkeit, die eigenen Einstellungen einzutragen. Auch das natürlich sehr praktisch. Ja, so sieht die Fritzbox 7510 aus. Kompaktes Gehäuse, komplett aus Kunststoff. Hier in weiß gehalten, in glänzendem Weiß, oben mit dem Rot. Also AVM-typisch an sich nichts Besonderes, würde ich jetzt mal sagen. Die Antennen für WLAN und DECT sind alle integriert im Gehäuse. Wir haben also keine externen Antennen bzw. Antennenanschlüsse. Und auf der Rückseite haben wir, ja, die wichtigsten Daten aufgedruckt. Das haben wir ja auf dem Papier auch schon gehabt, aber hier auch nochmal auf dem Gerät. Und was wir auch haben, sehr schön, sind Vorbohrungen für eine mögliche Wandmontage. Ja, da gibt es dann auch eine passende Schablone im Handbuch. Könnt ihr euch ausdrucken, entsprechend an der Wand anzeichnen. Und dann könnt ihr die Fritzbox ganz einfach an der Wand montieren. Schauen wir uns die Anschlüsse noch an. Da haben wir auf der Rückseite einen Anschluss für das DSL-Modem bzw. da wird dann eben dieses Kabel mit der Telefondose verbunden. Wir haben einen RJ11-Telefonanschluss für ein Telefon und es gibt einen Gigabit-LAN-Anschluss. Außerdem natürlich noch hier auf der rechten Seite der Anschluss für das Netzteil. Ja, sehr übersichtlich im Vergleich zu anderen Routermodellen, aber es ist eben auch das Einsteigermodell. Auf der Seite ein USB-2.0-Anschluss und auf der anderen Seite ein Phone-Anschluss, also TAE-Anschluss für ein analoges Telefon oder zum Beispiel auch ein Faxgerät. Die Einrichtung an einem Telekom VDSL 100-Anschluss ging im Test wirklich sehr schnell. Es gibt einen Assistenten, der einen durch die Einrichtung führt. Da muss man dann entsprechend die Zugangsdaten eingeben oder man wird automatisch mit dem DSL verbunden, je nach Einstellung vom Anschluss. Und man muss natürlich das Telefon so denn vorhanden auch konfigurieren und ja, damit ist dann eigentlich die Grundeinstellung abgeschlossen. Man kann natürlich im Nachhinein noch diverse andere Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel dann die Telefongeräte konfigurieren, einen Anrufbeantworter einrichten oder auch ein WLAN-Gastnetzwerk einrichten. Aber so im Großen und Ganzen ist man dann nach drei, vier Minuten auf jeden Fall fertig und auch für Einsteiger ist das völlig problemlos machbar. Ja, an meinem VDSL 100-Anschluss, der Telekom, lief das Gerät wirklich problemlos im Test. Also ich habe die mehrere Tage lang dran gehabt, keine Ausfälle oder Störungen mit dem Modem gehabt. Sonst nutze ich eine Fritzbox 7590 AX, also genau das Gegenteil eigentlich von der Preisklasse hier zur 7510. Aber die läuft auch nicht besser vom Modem, also völlig ausreichend. Ist ein wirklich gutes Modem und für den Preis sehr ordentlich. Ja, auch der Gigabit LAN-Anschluss lief im Test wirklich ordentlich. Ich habe da eine Synology NAS dran gehabt, also einen Netzwerkspeicher. Die Datenübertragungsraten waren völlig im Rahmen, also genauso gut wie bei der 7590 AX, muss ich sagen. Natürlich ist jetzt ein einziger LAN-Anschluss nicht absolut das Highlight. Allerdings, wer mehr braucht, der kann einfach eine teurere Fritzbox wählen oder eben einen Switch anhängen. Das geht natürlich auch, die 7510 hier einfach nur als DSL-Modem zu nutzen und dann mit entsprechend anderen Routern dahinter zu arbeiten. Ist sicherlich auch für den einen oder anderen ein attraktives Einsatzszenario. Ja, das DSL-Modem hat sich also im Test wirklich als Highlight herausgestellt. Das sieht man ja hier gelb markiert. Wie gesagt, laut AVM wirklich eins der Hauptmerkmale. Und daneben soll eben auch das WLAN sehr gut sein, also Wi-Fi 6 hier mit bis zu 600 Megabit. Ja, das würde ich persönlich eher als Schwachstelle, denn als Highlight bezeichnen, muss ich tatsächlich sagen. An sich funktioniert das WLAN gut, das heißt eine kleine beziehungsweise normal große Wohnung. Bei mir sind es hier etwa 70 Quadratmeter. Die kann man sehr gut versorgen. Da erreicht man dann auch wirklich in der letzten Ecke noch ansatzweise 100 Mbit. Ich habe hier 80 Mbit, etwa 10 Meter entfernt vom Router und zwei Wände dazwischen gemessen. Ist also völlig in Ordnung, um eine kleine Wohnung zu versorgen. Allerdings ist es bei mir auch so, dass nicht viele andere WLANs in dem 2,4 GHz Frequenzbereich sind. Und wenn man da deutlich mehr WLANs hat, zum Beispiel in großen Städten oder in großen Häusern ist das da oft der Fall, dann kann diese 2,4 GHz Frequenz sehr schnell überlastet sein. Das Problem ist einfach, die Fritzbox 7510 unterstützt nur diese eine Frequenz. Die meisten anderen aktuellen WLAN-Router, wie auch alle teureren Fritzbox-Modelle aus der 75er-Serie, die unterstützen auch 5 GHz. Und das fehlt der 7510 einfach. Hier merkt man den Rotstift, den AVM angesichts des Preises sicherlich ansetzen musste. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Schwachpunkt. Ja, wenn man allerdings weiß, dass einen diese Einschränkungen nicht treffen oder man das WLAN sowieso nicht nutzen möchte, sondern nur das Modem, ja, dann ist das sicherlich kein Problem. An sich muss man sagen, dass die reinen Softwarefunktionen bezüglich WLAN gut sind. Hier hat man alle wichtigen Funktionen, die es auch bei den größeren Fritzbox-Modellen gibt, also zum Beispiel eine sehr ausführliche Zeitschaltung, ja, oder auch zum Beispiel das Mesh-System kann man nutzen von AVM. Da gibt es diverse Mesh-Repeater und die Fritzbox 7510 unterstützt eben auch das Mesh-System von AVM. Was ich persönlich in der Preisklasse der Fritzbox 7510 eher außergewöhnlich finde, ist die sehr gute Telefonanlage. Die hätte AVM vielleicht eher als das WLAN als Highlight bezeichnen können. Wir haben hier, wie gesagt, die Anschlüsse für ein analoges Telefon, aber wir können auch bis zu sechs kabellose Telefone per DECT einbinden. Außerdem gibt es diverse schöne Softwarefunktionen, wie zum Beispiel eine tolle Anrufbeantworterfunktion oder eben diverse Telefonlisten. Und ja, es gibt natürlich auch die passenden AVM-DECT-Telefone, die man da sehr gut verwenden kann und die natürlich in Kombination hier wirklich eine tolle Telefonanlage ergeben, ja, die man sonst sicherlich teurer bezahlen würde. Jetzt kann man natürlich sagen, wer nutzt heutzutage noch DECT-Telefone, aber ich glaube, es gibt doch einige Menschen, die das noch nutzen, auch vielleicht ältere Menschen, und für die ist die 7510 ein sehr guter Router, würde ich sagen. Was mir angesichts des günstigen Preises wirklich gut gefällt, ist die Benutzeroberfläche. Ja, dieses FritzOS, das kennt man ja von anderen Fritzbox-Modellen natürlich auch schon. An sich hat sich das hier in der 7510 aber vom Funktionsumfang kaum geändert, haben also sehr, sehr viele Funktionen dabei. Und was mir auch besonders gut gefällt, es ist sehr schnell, also wenn wir hier klicken und verschieden durch die einzelnen Menüs gehen, das geht wirklich sehr, sehr schnell und es steht eigentlich den teureren Modellen in nichts nach. Das ist wirklich gut, weil oft ist ja bei günstigeren Modellen so, dass sie dann doch ein bisschen langsamer sind als teurere Geräte. Wie ich gerade schon erwähnt habe, die Fritzbox 7510 unterstützt auch das WLAN-Mesh-System von AVM und entsprechend gibt es dann hier auch diese Heimnetzübersicht mit dem Mesh-System drin. Und hier würde man dann auch die anderen Repeater von AVM sehen, sofern man denn welche nutzen würde. Hier sieht man zum Beispiel die Verbindungsgeschwindigkeit, also wir haben 2,4 GHz Frequenzband logischerweise, was anderes gibt es ja hier auch nicht. Und das iPad, mit dem ich hier gerade das Web-Interface verwende, ist mit 206 Megabit verbunden. Es gibt außerdem auch die Möglichkeit, einen USB-Speicher einzubinden mit dem USB-Anschluss, den ich gerade eben gezeigt habe. Und es gibt sogar einen minimalen internen Speicher, ja von 2 MB. Da kann man vielleicht ein paar Kontakte ablegen, aber mehr passt da auch nicht drauf. Aber an sich ist ja schon mal eine schöne Sache, dass wir hier auch USB-Speicher oder zum Beispiel einen USB-Drucker einbinden könnten. Ja, kommen wir zu einem Testfazit bezüglich der AVM Fritzbox 7510. Insgesamt ist alles Wichtige dabei. Man muss sich nur eben der Nachteile bewusst sein. Positiv ist im Test insbesondere das sehr gute DSL-Modem aufgefallen, außerdem die sehr gute Telefonanlage und vor allen Dingen auch die schnelle Software mit sehr vielen Funktionen. Wer lediglich das integrierte Modem braucht oder keine Anwendung für viele Anschlüsse oder ein sehr, sehr gutes WLAN hat, für den ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Allerdings, die 30 Euro Aufpreis zur Fritzbox 7530 AX, dürfte für viele die bessere Wahl sein, insbesondere weil man eben deutlich mehr LAN-Schnittstellen und ein besseres WLAN mit 5 GHz Funktion bekommt. Wenn ihr Fragen zur Fritzbox 7510 habt, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine Bewertung von dem Video und danke fürs Zusehen. Und da eine Bewertung von den Kommentaren. Vielen Dank.